Wir vom Kulturfverein Kunstbox sind zutiefst davon überzeugt, dass wir einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise liefern müssen. Das ist zum einen eine faktische Weise. Wir haben unser E-Mailwerk zertifizieren lassen als Green Location, aber ein anderer Weg führt über die Bühne. Wir haben ein Instrument geschaffen, das heißt Bike the Beat. Hier können junge Menschen, die nicht unbedingt an die Klimakrise glauben, selbst Strom erzeugen für ihre Veranstaltung, für ihr DJing, für ihre Musik, für das ganze Licht. Das ist zum einen ein großer Spaß, zum anderen aber auch ein Weg Inhalte zu transportieren. Und ich möchte mit einem Zitat von Jane Fonda enden, die gesagt hat, wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir eine zweite im Kofferraum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.